Hallo Leute der gepflegten Call of Duty Community, ich sag's jetzt extra mal so ein bisschen in Anführungszeichen, denn ihr wisst ja, welche Community gibt's die überhaupt? Man weiß es nicht, man ist noch am Rätseln. Ja, ich hab was ganz Magisches in Call of Duty gefunden und zwar die magische Cup 40. Ich kannte die natürlich schon vorher und hab ab und zu auch schon mal damit als Backup gespielt, aber diesmal hab ich als Hauptwaffe damit gespielt. Ich hab einfach mal die primäre Waffe aus dem ganzen Slot rausgenommen, ja, und hab mir einfach nur die Cup 40 mit Rotpunktvisier und Scavenger eingepackt und hab einfach mal geguckt, was passiert und ich muss schon sagen, das Teil ist ein Biest, wenn man einfach nur mit dem Teil spielt. Es basht einfach alles weg. Am Anfang lief es ganz gut, zum Schluss hin ist es ein bisschen so runtergeschraubt worden von den Kills her, aber ich glaube, ich hab sofort mal da die Headstorm erreicht. Ich bin ja selber auch nicht so der Über-Pro und dann sofort mal die erste Runde mit der Cup 40 so gebasht, da muss ich schon sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das sofort so schaffe. Und wenn ich das schon schaffe, mit der Cup 40 so mal rumzubaschen und das sofort vom allerersten Game an, dann muss das schon verdammt stark sein, das Teil. Ja, die AN94 schalte ich bald auch frei. Ich hatte das Teil schon mal freigeschaltet, aber da ich ja so blöd war und statt auf einen Prestigeknopf gedrückt habe, hab ich auf Fresh Restart gedrückt und dann hab ich meine ganzen Stats zurückgesetzt und war wieder auf Level 0. Beziehungsweise Level 1. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber guckt euch das jetzt mal an. Pam, das sieht doch ein bisschen Aimbot-mäßig aus, oder? Ja, ich hatte auch da kurzzeitig ein Aimbot eingeschaltet. Nein, hab ich natürlich nicht. Naja, man muss ab und zu auch schon mal mit Waffen spielen, die einfach OP sind. Ohne Mist, wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann packt man halt mal zum Beispiel wie ich hier die Cup 40 aus und bäscht damit alle weg. Das ist doch nicht schlimm. Meine Güte, die meisten schreien rum, oh, da laufen sie alle mit der Shotgun rum. Übrigens, das nächste Black Ops 2 Gamelay, was kommen wird, ist mit der Shotgun, tut mir leid, aber ist echt so. Und wie gesagt, die meisten brüllen rum, oh, scheiß Sniper-Noobs, Shotgun-Noob, ihr könnt doch nix. Ich brülle selber manchmal rum, ohne Scheiß regt mich darüber auf, wieso ich immer von Shotguns gekillt werde, aber im Endeffekt spiele ich ab und zu auch schon mal, wenn ich frustriert bin mit den Waffen und bäsch dann damit halt mal. Ist einfach so, ja? Und ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass ihr das nicht auch schon gemacht habt. Dass ihr so legit spielt und immer mit einer Waffe spielt, die auf keinen Fall OP ist, denn das macht keiner in Call of Duty. Jeder spielt schon mal mit PDW oder MSMC oder Cup 40 oder mit Shotgun. Obwohl ich ja sagen muss, seit dem letzten Patch, laut dem Patch-Notes, ist die MSMC und die PDW ja ziemlich runtergeschraubt worden von der Damage her. Ja, denn die MSMC und die PDW wurden laut dem Patch-Notes viel unpräziser gemacht und aus der Hüfte auch ziemlich unpräzise. Wenn man das mit den Anfang von Black Ops 2 vergleicht, merkt man das schon richtig. Am Anfang hat man mit der PDW und mit der MSMC einfach alles gebasht. Da hat man wirklich alles weggeholt, da hat man alles mit weggerotzt, aber jetzt, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich kriege mit der PDW oder mit der MSMC nichts mehr gebacken. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich schaffe ab und zu schon mal ein gutes Game, aber das kommt recht selten vor. Ich habe zum Beispiel das letzte Mal mit der TAR21 ein recht gutes Gameplay euch gezeigt. Und das kommt aber auch davon, weil die Assault Rifles dementsprechend ein bisschen stärker gemacht wurden, da die SMGs ein bisschen zurückgesetzt wurden von der Damage her. Die Sky Age zum Beispiel ist von der Damage her ziemlich hoch geschraubt worden, besonders auf Long Range, also auf lange Distanz. Die Sky Age war ja vorher schon auf Long Range eigentlich ganz schön stark, aber jetzt wurde das Ganze noch stärker gemacht. Und ob das jetzt so Sinn und Zweck des Spiels ist, dass man die guten Waffen, die wirklich gut waren, zurückschraubt und die Waffen, die vorher schlecht machen, viel zu stark macht. Die vorher schlecht machen, habe ich das gerade echt gesagt? Die vorher schlecht waren, meine ich natürlich. Und die, die vorher schlecht waren, dann viel zu stark macht. Ich finde, das ist ein bisschen blöd. Ich meine, wir haben alle rumgeschrien, boah, die PDW, die ist sowas von overpowered. Und jetzt, wo sie runtergeschraubt wurde, ärgern wir uns alle. Oder? Ich meine, man ist irgendwie nie zufrieden. Ist doch irgendwie so. Zuerst schreit man rum und nachher ist man wieder unzufrieden. Man wünscht sich die ganze Zeit, die sollen die PDW patchen, die sollen nicht so stark sein. Und wenn sie dann gepatcht ist, dann regen sich doch wieder alle auf, weil man einfach mit dem Ding nicht mehr spielen kann und nichts mehr mit dem Teil reißt. So ist es einfach. Das ist meistens so. Unter anderem wurden so Waffen wie die SWAT 556, das Ding heißt in echt eigentlich SIG Sauer 552. Ja, Copyright wahrscheinlich, für die, die es nicht wissen. Das Ding heißt in echt natürlich nicht so. Das wurde auf Reichweite auch ein bisschen stärker gemacht. Aber die Waffen, die eigentlich hautautomatisch, geiles Wort, oder? Das ist aber schon scheiße. Die eigentlich halbautomatisch sind und die man ja mit dem Feuermodus auf Vollautomatik stellen kann, wurden etwas schwächer gestellt. Das finde ich persönlich eigentlich ganz gut. Denn wenn Leute mit der Fahrt Vollauto rumlaufen, da habe ich nur noch abgeraged, Leute. Das hat mich echt aufgeregt. Aber das wurde ja jetzt endlich gefixt und das ist wirklich positiv, dass die das gemacht haben, weil ich meine, nach zwei, drei Schuss macht die Fahr sowieso einen Kill. Und da muss man auch nicht noch Vollauto mit dem Teil spielen. Naja, das Gameplay ist jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr habt, äh, äh, hat euch gefallen, ja? Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.